Oh ja, heute werden wir rutschen. Der, der zuletzt etwas trifft und überlebt, der gewinnt das Spiel. Und hier sind eine Menge Leute drin in der Lobby. Das ist quasi so eine Art Battle Royale, aber in Roblox und als Fahrt. Okay, es geht los. Ich konnte nicht warten, ich hatte keine Zeit mehr, wortwörtlich. Choose your perks. Was? Das hier? Keine Coins. Oh my God. Man kann Perks hier haben? Okay, crazy. Jetzt können wir runterfahren und müssen überleben. Oh my God, warte mal. Wie kann ich bewegen? Oh my God, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ich mich bewegen gerade? Das ist das erste Mal, dass ich das spiele, also wundere ich nicht. Oh damn, ich kann mich nicht bewegen. Das ist nicht möglich. Oh doch, oder? Es geht nicht, es funktioniert nicht. Oh ja, oh my God. Ich glaube, ich muss mit Controller spielen. Ich habe noch nie ein Roblox-Spiel mit Controller gespielt. Ah ja, wenn du übrigens unten nicht konntest, du so abonniert hast, dann wirst du das nächste Mal, wenn du eine Rutsche rutscht, die alle deine Knochen brechen, bei einer Kinderrutsche. Leute, ich nehme mir sowas nicht aus. Und das ist aber rum, dafür mehr Roblox-Videos. Du, ich warte jetzt, bis du die beiden Sachen gemacht hast. Ja, das Video geht nicht weiter. Das Video bleibt jetzt einfach stehen. Für immer und eben. Okay, äh, ja, ich schock gerade das erste mit Controller. Ehrlich gesagt, es ist gar nicht immer so schlecht, Roblox mit dem Controller zu spielen. Nicht so schlecht, wie ich mir, wie ich gedacht habe. Zieh das mal rein, man kann, Alter. Ey, das könnte sogar besser sein als mit Handy. Ich meine mit PC. Irgendwie kann ich besser springen, voll merkwürdig. Zieh das mal rein. Damn. Ich bin halt runtergefallen, aber das ignorieren wir jetzt einfach. Junge, Game ist immer noch im Progress. Wie lange rutschen die denn bitte? Anscheinend will keiner von denen sterben. Ich glaube, es geht ohnehin nicht lang weiter. Okay, lass dem Typ mal zuschauen. Vielleicht können wir was lernen. Junge, der ist echt mega schön unterwegs. Und er ist anscheinend der Erste, glaube ich. Ich will auch. Junge, wie viele Punkte hat er hier, bitte? Oh, das geht immer noch weiter. Es hört nicht auf. Fanart. Ja, sieht sehr schön aus. Keine Ahnung, was es sein soll. Aber Hauptsache Fanart. Junge, der Typ fährt immer noch. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wo ist er denn bitte? Oh, ich glaube, noch weiter ist er. Was zum Teufel? Also, das Spiel geht die ganze Zeit weiter, bis quasi, keine Ahnung, irgendwie wie jemand stirbt oder so. Oder alle sterben. Gott sei Dank, es geht wieder los. Also, nur der, der am längsten am Leben bleibt. Okay. Lass mal sehen, ob ich das lenken kann. Das wäre echt geil. Kann ich? Bitte. Ich kann immer noch nicht lenken, Leute. Ich check das nicht. Dieses Spiel. Jetzt geht's. Oh mein Gott, das funktioniert doch. Okay, alles gut, Leute. Sorry. Meine Schuld, ich weiß. Okay, wir sollen jetzt überleben. Wir können auch beschleunigen. Aua. Junge, die anderen sind ja mega schnell. Aber dieses Mal werde ich so lange am Leben bleiben wie möglich. Okay, let's go. Wow, Alter. Man kann sich hier, glaube ich, auch umstoßen. Okay, der Letzte am Leben bleibt. Das schaffe ich. Das kriege ich hin. Ich kann der Letzte sein, der am Leben bleibt. Kein Problem. Okay, manchmal würdest du wahrscheinlich ein bisschen ein. Kann ich auch so? Oh mein Gott. Das gibt einem halt noch mal den Kick. Ich glaube, ich belasse das so einfach. Einfach nur für den Kick. Kleiner Spaß. Vielleicht doch eher so. Uh, die Musik gefällt mir auch, ehrlich gesagt. Gute Musik, aber wir wollen nichts falsch. Da können wir auch Mütze einsammeln. Die können wir benutzen, um coolere Go-Karts holen. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie irgendwie einen Vorteil haben. Oh mein Gott, let's go. Wow, jetzt sind sie intensiv, Leute. Können wir Erster werden? Das ist ja sozusagen mein erstes richtiges Rennen und... Oh mein Gott, da ist jemand gestorben. Alter, Schwede, let's go. Okay, wir sind gut dabei. Das gibt eigentlich schon ein bisschen den Kick, muss ich sagen. Ja, okay, ich gebe zu, das war ein bisschen knapp. Aber nur ein bisschen, Leute. Alles gut. So, ne Schnee ging's. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Schneemänner sind hier im Weg. Aber ganz ehrlich, wir sollten das hinbekommen. Alter, deswegen dauert die Runde auch so lange. Oh, hier sind Münzen. Nice. Nochmal Münzen? Alter, manchmal erkennt ihr, ob das Münzen sind oder keine Ahnung was. Die Schneemänner bewegen sich. Oh mein Gott, Schilderlein. No. Bin ich tot? Nein. Wie lebe ich noch? Oder totet mich kein Schneemann? Kann sein, dass mich ein Schneemann nicht totet, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Nein. Hört auf. Wow. Die machen mir aber Angst, die Schneemänner. Holy moly. Natürlich, wenn sich Sachen bewegen, ist es natürlich noch viel schwerer. Okay, wir haben mega viele Punkte. Wir sind aber nicht Platz 1. Moldis Platz 1. Wieso auch immer Moldi Platz 1 ist, aber er ist es auf jeden Fall. Kann man nicht ändern, Leute. Das war so spielen. Oh mein Gott, den Kick. Also es gibt einmal wirklich den Kick so, ne? Also, oh mein Gott. Oh mein Gott. No, bitte nicht. Fahr weiter. What? Labe doch keinen Scheiß. Labe doch keinen Scheiß. Ich lebe noch, Leute. Oh nein. Ich bin tot. Oh mein Gott. Nach einer Zeit wurde es wirklich schwerer, aber es hat mega Spaß gemacht. Wir haben noch den Typen, der fährt hier die ganze Zeit rum und er ist auch gestorben. Ist das der letzte jetzt? Nein, natürlich nicht. Da ist noch einer. Und noch mehrere. Also, ja. Es kann auch dauern auf jeden Fall. Ja, es kann aber immer noch dauern. Wieso hat der erst 23.000 Punkte, das verstehe ich nicht. Ich glaube, wenn ich dann nicht gestorben, ich hätte sogar gewonnen, weil es hier ist bei denen rein, der ist gerade erst bei den Steinen. Sind die irgendwie langsamer? Ich muss dazu sagen, ich drücke hier die ganze Zeit W. Das heißt, man wird immer schneller. Wenn man nicht W drückt, kann man auch ein bisschen langsamer fahren. Dann kommt man aber nicht so weit. Und ich glaube, wir bekommen noch nicht so viele Münzen. Das ist das Ding. Wow. Wir können hier Sachen dran machen. Wie cool. Werde ich immer mal tun. Aber aus irgendeinem Mund kann ich die Farbe nicht wirklich ändern, was mich ein bisschen verwundert. Ah. Wir können es selbst vermalen. What? Okay. Das ist irgendwie cool, muss ich sagen. Ich mache es noch ein bisschen grün an beiden Seiten, sodass es halt an beiden Seiten gleich ist. Oh. Können wir Gras nehmen? Okay. Das ist irgendwie funny. Damn. Okay. Irgendwie cool. Gefällt mir sogar. Alter. Habe ich irgendwie ein Spiel verpasst oder so? Ich glaube, ja. Ich war... Oh mein Gott. Ich habe ein Spiel verpasst. Junge. Wie viele Leute hier am Fahren sind. Crazy. Und der eine ist umgefallen. Okay. Es geht wieder los. In dieser Runde sind wir leider nur drei, Leute. Aber naja. Dadurch werde ich dann einfacher gewinnen. Was soll ich sagen? Und wir können jetzt das hier holen. Jetzt werden wir, ich glaube, stärker oder so. Okay. Let's go. Seht ihr? Ich drücke jetzt an W und bin einfach schneller als die anderen. Also, ich würde sagen, wir zocken so, oder? Obwohl, ich weiß nicht genau, was besser ist. Wieso haben die mich jetzt eingeholt? Was zum Teufel? Okay. Jetzt bin ich... Hä? Okay. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und die klauen mir meine Münzen. Okay. Uh. Der eine hat einen Unfall gemacht. Crazy. Aber da ist noch einer. Ist auch hier. Komm, überholen wir den mal. Let's go. Nice. Wir gewinnen das easy peasy, Leute. Das ist ein 1 gegen 1. Easy peasy. Oh, nein. Die Steine. Uh. So. Ganz ehrlich, könnte man das Lenken verbessern. Wäre das schon eine geile Sache. Lass mich das Lenken verbessern. Das wäre eh fisch. Okay. Dann gewinne ich alle Spiele. So, das könnte man sogar tun. Ich weiß es aber nicht genau. Oh, nein. Die Bäume verschwinden. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah, ich habe gewonnen deswegen. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Das ist halt der Nachteil, wenn weniger Leute in der Lobby sind. Dann gewinnt man als schneller und kommt nicht weiter. Und ich würde gerne ganz, ganz weit kommen. Und jetzt sind mehr Leute dazugekommen, oder nicht? What the hell? Wie cool. Also, hier steht es. Der letzte Player wird getötet in diesen Sekunden. Also, quasi, letzter zu sein ist doch nicht gut, tatsächlich. Aber dafür kannst du vielleicht hoffen, dass die anderen sterben, bevor die Zeit abläuft. Und kannst vielleicht noch gewinnen. Okay. Hier sind einige gute Spieler dabei. Also, lass mal sehen, ob ich die Chance habe. Also, die sind wirklich gut. Die hatten aber was mit 40.000, 50.000 Punkten, bevor es zu Ende ging. Okay. Konzentration. Das Spiel fordert eine Menge Konzentration. Das ist quasi das Ding. Okay. Ja. Wenn man so schnell hat, hat man natürlich den Vorteil. Wie zum Teufel ist er so schnell? Okay. Wir haben ihn eingeholt, oder nicht? Nee, keine Ahnung. Holen wir jetzt mal so viele Münzen wie möglich, weil die Münzen zu holen... Alter, Junge, der Typ ist genau vor mir. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich werde die anderen Spieler... Ja, okay. Ganz ignorieren kann man die nicht, weil die können eigentlich schon wegstoßen. Aber es ist okay. Wir chillen jetzt erstmal, Leute. Und da ist jemand gestorben. Es ist schon ein kacke Gefühl, wenn man hier stirbt, auf jeden Fall. Oh, diese Game mag ich gar nicht, weil hier bewegen sich Schneemänner. Und das nervt. Ich glaube, der eine Thema, der mich wirklich nur nicht getötet war... Nein, ich hasse dich. Ich hasse dich. Hallo? Oh, mein Gott. Ich glaube, er hat mich nur nicht getötet, weil ich einen Schutzschild hatte. Aber den habe ich nicht mehr. Was? Verbindung? Wollt ihr mich verarschen? Meine hinter der Verbindung? Werde, das lag an Roblox. Okay, let's go. Ach so, das ist ein Boost. Wie kann man den denn benutzen? Das weiß ich nicht gerade. Turbo, Doppel-W. Okay. Oh, krass. Nice. Ja gut, ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht genau. Aber ist okay. Okay, let's go. Fahr einfach. Oh, wir sind sowas von erster. Alter, wie lange hält der Turbo jetzt bitte? Ist aber nicht so sicher, weil wir sind wirklich, wirklich schnell. Aber okay, der endet jetzt. Okay, wir sind jetzt bei den Bergen. Alles klar. Sollte noch relativ einfach sein, würde ich sagen. Oh, jetzt ist Greenery. Wir sind jetzt okay. Kriegen wir auch hin hier. Sind halt keine komischen Pinguinen oder so. Bin ich erster? Ja, ich bin erster. Das steht sogar. Von aber so vielen Spielern. Also diesmal sind wirklich viele Leute hier in der Lobby. Ich wollte es nur anmerken. Oh nein, das hasse ich, wenn er es tut, ne? Keine Saltos, Bro. Alles nur keine Saltos. Oh, die Steine sind auch sehr gefährlich. Wow. Ich gehe mal lieber ganz nach rechts. Ja, die fallen dann einfach runter, ne? Ist schon ein bisschen ärgerlich. Okay, kann ich nochmal, ne, Turbo kann ich nicht nochmal geben. Schade. Okay, wir sind gut dabei. 23.000 Punkte, nicht schlecht. Okay, nice. Wir Münzen, sehr schön. Weiter geht's. Komm schon. Wir haben die nächste Gegend geschafft. Und die sind auch mal länger, die Gegenden. Also, ah, die Münzen bekomme ich da nicht. Also, irgendwie, okay, jetzt geht's aber. Let's go. Oh, nice. Okay, ich würde gerne eher in der Mitte bleiben. Ich habe das Gefühl, oh mein Gott, das ist so ein bisschen sicher da. Oh mein Gott, kann ich hier durch? Bitte. Oh, what the hell ist hier los? Oh mein Gott. Das wird immer brutaler, Leute. Ich sage es euch. Oh mein Gott. Nein. Wow. Nein, ich bin tot. Wow. Also, Pints ist wirklich schwer. Da wäre es schon geil, wenn man quasi, naja, schneller nach links und rechts sich bewegen könnte. Ah, er hat gewonnen. Schade. Ich mache noch eine Runde, Leute. Ich würde gerne gewinnen, ehrlich gesagt. Vor allem, hier sind so viele Leute. Hier ist ein Win halt geiler. Weil, das andere zähle ich nicht wirklich, weil es quasi, ja, ne, also, ist klar. Okay, ich habe eine Menge Geld bekommen, weil ich beim letzten Mal sehr weit gefahren bin. Was quasi bedeutet, ich kann mir jetzt wieder meine Perks auch so nicht. Ich nehme diesmal als Schutzschild. Ich finde das ein bisschen besser. Wir können eigentlich beides nehmen, ja? Wir können beides nehmen. Wieso nicht? Wir können am Anfang gleich mehr Gas geben. Das wäre sogar ganz gut, weil der Anfang ist relativ easy. Und hier Gas zu geben, dann ist man, oh, aber, ja, okay. Let's go. Wow, wir sind echt schnell chillen, Alter. What the hell? Bin ich irgendwie schneller geworden? Mir kommt das echt schneller vor als beim letzten Mal. Ich weiß auch nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich, also, ganz, warte mal. Ist das irgendwie, warte, nee. Ähm, wir fangen an bei einer anderen Stelle. Diese Stelle kam damals zum Schluss und jetzt kam sie zuerst. Also, das ist immer anders auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ob es besser ist, in der Mitte zu bleiben oder eher so ein bisschen links oder rechts. Ich dachte immer, in der Mitte sein ist besser, aber muss nicht unbedingt sein. Das ist das Ding. Okay, 30 Spiele auch übrig. Ich sehe dich. Oh, hier sind wieder die Steine. Die sind nervig. Und wir können uns wirklich nicht so schnell hier nach links oder rechts bewegen. Also, man muss halt vorher schon sehr, sehr stark darauf reagieren, wenn man das nicht sehen will. Okay, bis jetzt ist aber sehr gut machbar. Die Steine nerven auch nicht allzu sehr. Manchmal gibt es auf dem Boden so einen kleinen Berg. Dann muss man aufpassen, dass man da nicht so ein paar Saltos macht. Weil in der Zeit, wo man die Saltos macht, kann man sich logischerweise nicht bewegen. Oh, mein Gott. Das ist enger hier gerade. Okay, let's go. Konzentration. Greenery sind wir. Waren wir hier nicht schon? Ich habe keine Ahnung. Ist das mit dem Holz? Oh, nee. Vier Leute noch übrig. Ich meine, ganz ehrlich, wenn vier Leute noch übrig sind, können wir es easy peasy schaffen. Aber ich weiß natürlich. Okay, hier sind die kleinen Bäume. Das sind die gefährlichen. Die kleinen Bäume. Aber ich glaube, ich kann noch einmal gehittet werden. Oh, mein Gott. Drei Leute noch übrig. Also, wenn ich... Oh, hier sind viele gestorben, glaube ich. Obwohl ich das jetzt nicht schwerer finde, als die anderen Sachen. Also, ich weiß nicht, wieso. Nö, ich finde das nicht schwerer, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, mein Gott. Konzentrier dich. Nice. Wir sind gut dabei gerade. Und let's go. Nächste Stelle. Immer noch Greenery. Ah, wieder die hier. Ich bleibe mal ein bisschen mehr rechts. Okay, konzentrier dich. Konzentrier dich. Oh, mein Gott. Das ist intensiv, Leute. Ich konzentriere mich gerade so hart, um hier den Win zu bekommen. Das ist nämlich meine letzte Fahrt jetzt auf dem Video. Und ich meine, da hätte ich schon Bock auf so einen Win, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, mein Gott. Okay, let's go. Oh, was ist das jetzt? Eis? Oh, die Pinguine. Alles, nur nicht die Pinguine. Oder die Stämen, naja gesagt, meine ich ja. Okay, Bro. Alles gut. Let's go. Oh, mein Gott. Konzentrier dich. No. Oh. Also, manchmal sollte man die Münzen lieber nicht aufsammeln, weil sie könnten tödlich werden. Und manchmal willst du sie einsammeln, weil es cool ist. Oh, mein. Ich habe einen. Das war ein Schutzschild übrigens. Ich bin tot. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Wenn ich zwei Spiele auch am Leben. Also, warte mal. Als eigentlich stören die Pinguine doch nicht so, wie es aussieht. Dann wäre es aber ziemlich einfach, muss ich sagen. Was geschieht hier gerade? Wie lebe ich noch? Ein, ein. Wir sind noch zwei Spieler. Also, derjenige, der zuerst stirbt. Habe ich noch ein Schutzschild da vorne? Ja. Okay, mit dem Schutzschild könnte ich es aber einfach hinbekommen. Konzentrier dich, Danny. Konzentrier dich. Du schießt das hin. Ich glaube, ich habe sogar noch den Boost, aber den will ich ja nicht einsetzen, weil das wäre ziemlich blöd. Man kann eigentlich durch alles einmal durchfahren. Das geht. Oh. Ich habe den Boost. Ne, ich habe den Boost immer noch. Oh, nein. Habe ich nicht mehr. Ich meine, er hat mein Leben gerettet. Danke dir auf jeden Fall. Jetzt wird es aber enger. Ja, ja. Wann stirbst du endlich? Nein. Er hat mich eingeholt. Voll, Tim, ich hab den Arm nehmen. Er war genau hinter mir. Oh, Gott. Okay, das war's für das Video. Für mehr davon lasst du mal oben da abonniere. Kostetaktiv-Locker. Bis zum nächsten Video. Bye.